Was? 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 Hä? Jetzt. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter aktiviert. Bordel ist verkehrt! Nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Beschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Ich setze den Köder ein! Ich ziehe eine kleine Schau ab! Noch kurz! Noch kurz! Wir können nicht alle fliegen! Happa, Happa! Happa, Happa! Ich wechsle das Magazin! Ich wechsle das Magazin! Hm, ich wechsle das Magazin! Happa, 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 Happa! Happa, Happa! Jemand hat dich im Visier! Oh, ist das Checker? Er hat mich getrackt! Du bist aufgeflogen! Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern! Weigner sichern den Behälter! Ein Operator des Eintritts verbleibt! Ist doch nicht der Herrhoffs, oder? Ich werde das Marines aufbauen! Anhänger aufbauen! Du bist einfach nicht. Man kann auch nicht mit mir klären! Es ist scheinbar einen Gehender zu sichern! Aber es ist nicht so interessant! Ich werde das jetzt nicht mehr zu suchen! Aber es wird klären, der dein Gehender zu starken. Was war das? Was war das?